Musik Okay, was ist das jetzt? Habt ihr angefangen? Broke oder wie? LOL Das ist ja mal echt creepy Zwei Fische? Wow Ernsthaft? Oh Mann Ja, ich halte jetzt die Maustaste gedrückt Ich bin nicht AFK Werde ich aber tatsächlich mal ganz kurz machen müssen Ich muss eine Nachricht schreiben nebenbei Kurze Taste beschweren So Jetzt sind da wieder zwei Angeln Also zwei Haken Toll So Keine Ahnung warum das hier so seltsam ist Aber ein roten Fisch Ein fucking roten Fisch Willst du mich verarschen Pack Ernsthaft? Das kann doch nicht wahr sein Ein scheiß roten Fisch Hab ich gerade mal bekommen Mann, Mann, Mann Da hatte ich ja bevor ich angefangen hab zu streamen Mehr Glück Oh, das kann doch nicht wahr sein Äh, da ist er Äh, da ist er Ah, die Och, Mann, ey Ich brauche jemanden, der für mich angelt Wenn jemand Lust hat Ihr könnt gerne hierher kommen Ich gebe euch meine Angel Könnt euch hier hinsetzen und angeln Also Braucht nur das Pack Ihr angelt mir Fischis Und dürft dann mitspielen Dürft dann eure eigene Base aufbauen So kulant bin ich dann auch Alter Komm Das kann doch nicht wahr sein Einen zweiten Wow Ich hab einen zweiten Erstens schon mal ein Lichtblick Ich hab aber nicht mal ein verzaubertes Buch Oder irgendwas anderes bekommen Dabei hab ich Ja, die mit Lur und Luck of the Scen Oh Genau Bei der anderen kriege ich ja mehr Zeug raus Weil Luck of the Scen drauf ist Seltsam Oh, Seasonwechsel Warte mal Mit den Schildkröten Kann das auch an der Season liegen? Oh, ich hoffe nicht Oh, ich hoffe nicht Ich hoffe mal nicht und so Weil Oh, das wäre mies Das wäre richtig, richtig mies Oh, ich versuche das jetzt mal in dem Loch Wenn das hier besser klappt Boah, fresse ich den Besen Da hab ich die ganze Zeit versorgen Ob es zu spawnen Aber nicht können Geil Weil die disabled sind Na komm Los Hier geht gar nichts Alles klar Scheiße Ich brauche unbedingt roten Fisch Wie kriege ich das am besten? Wie kriege ich roten Fisch? Ihr seid da fehl am Platz Ihr müsst da rein Nicht gut, nicht gut Nicht gut Die Blumen behalte ich im Gepäck Ähm Redstone Nein, nicht der Eimer Redstone kommt Der Eimer kommt wieder hier rein Äh, die Fackel muss ich tatsächlich noch setzen Sonst hab ich hier gleich ein Mobproblem Okay, Katzen Ja, die bringen mir auch keine Roten Fische Und hier soll's kein Da hinten wäre halt noch ein Stück Hey, hey Morgen Mittag Abend Keine Ahnung Ich hab gleich ne ganz böse Frage an dich Hast du rohen roten Fisch? Was ist denn roter Fisch? Den salmonellen Fisch Ähm Du gehst ja ab und zu mal angeln Ja, und esse ich ihn meistens auch Wow Ich hab nur noch das Essen gemacht In deinen Kisten hab ich schon nachgeguckt Da haste keinen Nöttern hab ich auch keinen Scheiße Und andere? Ja Hab ich die ganze Zeit gemacht Ich lauf grad mit zwei roten Fisch rum Und ich bin Eine Stunde und acht Minuten online Oh, das ist fett wanscht Was? Denkst du nichts? Oder hast du so Pech Was rote Fische betrifft? Ich hab das Pech Mit den roten Fischen Tatsächlich Ich krieg eher Alles andere raus Ich bin auch schon Durch die Gegend gerannt Hab die Flüsse abgeguckt Nix Oh, das ist noch ein fett wanscht Wie viele von dir Dinger brauchst du denn? Ja Ich weiß nicht Wie viel ein Bär fressen tut Bis er getamt ist Ich dachte Er braucht Honig Erst Honig Und dann roten Fisch Ja gut Das ist mies Bei uns Bei der Stadt Dort da im Fluss War ein einziger roter Fisch Hab den getötet Nix kam raus Ich hab schon mal einen Ich hab nämlich schon An den Grizzly Sieben Stück verfüttert Aber irgendwie Will das nicht so Recht Wie viel hast du beim Elefanten verbraucht? Das wird wahrscheinlich Hier nicht sein Ähm Beim Weiblichen Hab ich Wie viel Blumen hab ich denn da verbraucht? Nicht viel Drei, vier Beim männlichen Elefanten Da hab ich stackweise Blumen reingesteckt Der lässt sich anscheinend nicht tamen Oh, ich hab drei rote Wow Äh, ja Ich weiß nicht Du hast ja Äh Ich angel gerade mit Luck-Officie Unbreaking Lure 3 und Mending Luck-Officie ist vielleicht falsch mit drauf, aber Jetzt erstmal schnuppe Ich hab noch eine ohne Lure zum Beispiel Damit ich wirklich nur Bücher und Ich hab vier rote Fische Bücher und alles andere angel Es muss nämlich ein Baby-Beer sein Ich hab zwei große getamt Ja Quest nicht erfüllt Das ist mies Und das darf man auch nicht Bei Hm? Ich hab mir das heute früh Wo die Videos gerendert sind Äh, also der ist schweb Hab ich das mal übersetzt Ach, sechs rote Fische Wow Jetzt Du musst online uns cut Irgendwie Ey, das kann doch nie sein Aber dafür hab ich die Endquiz komplett fertig Ist wahrscheinlich End reingehen Ender-Drachen klatschen Eine erweiterte Festung finden Eine Elytra und das war's Ne, Ender-Drachen neu beschwören Du musst ihn nochmal beschwören und klatschen Äh Ich musste klatschen und nochmal beschwören wahrscheinlich, oder? Erst klatschen, dann nochmal beschwören Du brauchst´ Origins Du gehst rein, ja, du musst ihn jetzt beschwören, killen und dann noch mal beschwören, genau Jaa, genau aber du kannst ja alles craften was du für die kristalle brauchst ich war gestern im neder heute gas drehen fahren da habe ich erstmal nachgeguckt wie kann man ja craften und die sind gar nie teuer also kriegst du auch insgesamt vier stückchen raus aber ja was ist das für eine position eine uncraftable potion kannst du irgendwie nehmen na die armory quest habe ich komplett fertig garagen quest und ich habe get started komplett fertig get started was ist denn da noch aufgeploppt eine netherite hole und diese aufgeploppt waren nach der netherite rüstung oder nach den waffen und werkzeugen irgendwann ist gekommen so jetzt muss ich gucken welcher war das ich glaube der hier oben honig so ich habe nämlich jetzt wenn ich dem honig geben 700 sekunden zeit das hat beim ersten fisch geklappt wird sich verarschen und ich habe die quest trotzdem nicht gekriegt ich habe jetzt zwei erwachsene und einen kleinen getapet ich krieg die quest einfach nicht was ist denn das ich kann auf baby retten das sieht so gottendämlich aus ich reite auf einem baby bär das machst du doch platt ja aber warum kriege ich die quest nicht gibt es eine untersteigung zwischen grizzly bär und bären ich habe einen besonderen wort ich habe grizzly bären ich habe zwei große getapet und das baby aber irgendwie diese komischen zwei niedlichen teile da das sind gummi bären kann man dir auch nicht damit taten zufällig bleibst du hier bär du rennst nicht weg du bist so groß du rennst mir noch den kaktus ich brauche eine leine da haben wir eine aber hey was ist das ist ja scheiße schlafen wir nicht möglich oder warte ich muss den erst mal anleinen ja klar muss den zu mami und papi bringen so du bleibst jetzt hier die sonne geht doch schon wieder auf ach so liegt nämlich schon eine weile die sonne geht doch schon wieder auf das ist scheiße mit dem krisi bären so die tropical fische behalte ich die brauche ich für den mantis shrimp angel die kommt weg stein darin direkt darin die blumen behalte ich für den human birds ich wollte mir noch gehege für die komischen coolen tierchen wollen ja das dass das ist echt creepy stimmt ich war ich muss auch komodo war war eine klatschen ich brauche den geloot die viecher machen mich aber kaputt mobs wie sieht es hier aus 250 zombies fehlen noch 75 mutanten zombies fehlen mir noch 6 zu 10 das ist einfach hier irgendwie cappuccino monkey und gorilla muss geteilt werden baby elefanten make an elefant right more comfy was heißt das schon wieder reitet bequemer mit dem sattel hat das wahrscheinlich was zu tun ich kann denen keinen sattel geben ich habe das ist schon bei meinem versuch hier ich kann den sattel geben doch von der mod tausende sette habe ich ja auch auch den passenden der zu dem tier gehört da steht einfach immer nur sattel da und lederriemen die heißt auch einfach nur sattel ja 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 apropos ich habe noch die maschung küre wo mache ich denn die hin setz dich mal auf den bär drauf auf den baby schade pass auf wie heißt die mod eigentlich nochmal alexis mobs ja genau ey das ist attempt murder habe ich 1 von 100 showfly 0 von 100 shrimp no swipping ne swipper no swipping 1 von 10 ich wollte noch was anderes machen genau ja ja du darfst nicht herangehen die greifen dich an mich natürlich nicht mehr ich bin halt nur der papa eins zwei drei vier ich habe meinen strahl ein bisschen dicker machen hier das hört sich falsch an warum geht das hier nicht hä im cineplayer ging das denn ich verstehe das nicht oder geht das nur hab ich noch rein ich müsste eigentlich noch einen haben wenn ich den nicht irgendwo ich will nicht hätte der ist halt wirklich weg ich wollte den mit ins end nehmen und jetzt ist es weg wow da ist er testen wir das mal hier geht auch nicht nö macht der hier nicht im singleplayer macht der den strahl dick naja was soll's das da rein das da der da fackelt da und das mit diesem reinforced habe ich immer noch nie raus bekommen ach so bevor du äh ich würde dir empfehlen erstmal die windradquests zu machen aber bevor du dir die sachen herstellst ja ich bring dir mal 58 von den dingern rüber ich hab die ja schon erledigt hast du die bei dir wieder abgekauft? ja ich hab mir die sogar eingefärbt damit mein windrad so bleibt wie es ist ach und hier war es für dich die quest musst du ja auch noch machen kannst du es ja mal versuchen vor allem leben 158,5009613 das geht auf 20 runter wenn er getamt ist die steht jetzt immer noch da growing time 2200 sekunden dann ist er erwachsen vielleicht wird es dann gewertet dass er mir gehört oh ey willkommen arg mhm das ist aber bei jedem tier so nö der elefant war einfach fertig bei dem mantisch shrimp ist auch wieder irgendwas mit einem cooldown so hier fehlt reinforced hier fehlen mir noch die tiere dschungel hab ich immer noch keinen gefunden aber ich will so einen komodo warren ähm regen trocken regen trocken savannah redwood savannah redwood cool ähm der baby wer greift sich überhaupt nicht an na okay weil du ihn auch in seinem loch gehalten hast damit er nicht abhaut damit die kleine äh spart nie abhaut ich brauche noch das und ich brauche noch guter Axt perfekt hier ist wieder so ein roter fisch stopp Alter wie viel hältst du aus? der hat jetzt eben äh ich äh dieses pack das mobbt mich ohne ende ich habe im übrigen immer noch keine Schildkröte gefunden ne also das was dort im buch auf englisch steht so viel kann ich rauslesen die spawnt im Sumpf weil es eine Schnappschildkröte ist ja ich habe zwei Sümpfe abgeklappt alles ich habe keine oder drei sogar keine von den Schildkröten gefunden wirklich überhaupt keine das ist manchmal echt richtig scheiße ich habe Difficulty 171 oh ähm ich müsste mal anfangen paar Herzen zu nehmen mich interessiert aber was bei wenn dir Difficulty volles Verstand passiert nö ne die Mobs werden ja immer stärker ach ich kann nicht nur so blöken okay das hat keiner gesehen das ist wieder eine Rattlesnake ich muss nicht 14x14 sondern nur 14 insgesamt haben oder äh ich habe 7x7x7x7 also 14x14 gemacht ja ich habe 14 nach Norden 14 nach Süden 14 nach West das ist glaube ich ein bisschen zu viel dann so es sind neue Drachen gespawnt ich habe aus Versehen die letzten ausgemärzt warum überhaupt Drachen hier die Komodo-Waraner sie ich glaube da musste hier auch wieder Ewigkeiten stehen bleiben bis sie neu spawnen Spawnen überhaupt nur in dem Terracotta-Biome die spauen überhaupt nur in der Terracotta-Biome Wüste habe ich? Habe ich da schon eine gefunden? Keine Ahnung. Remove Badlands Biome. Often found in Remove Badlands Biome. Badlands Plateau. Nur Terracotta. Okay. Spring End Season ist gerade. Also Sommer Ende. Spring? Ist das Sommer? Das ist Frühling. Okay. Sommer ist Sommer. Ich und Englisch stehen auf dem Kriegsfuß. Wobei ich durch viele Spiele mittlerweile ein bisschen Englisch kann. Und durch meine Kinder. Ich gehe aber nie auf Englisch zu, glaube ich. Nee, aber wenn die Hausaufgaben aufhauen gerade bei mir sind, dann muss ich ja helfen. Was? Da ist so ein Wirbelwindteil. Müsst du mal mit dem was machen? Bei mir fahren sie schon wieder. Äh, warte, 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 warte. Nee, Crimson Mosquito war es nicht. Hammer, schrei auch nicht. Hammer, schrei auch nicht. Wapetot auch nicht. Maus auch nicht. Nee, Spectre auch nicht. Oh Gott. Das auch nicht. Man will es mich verarschen. Sunbird? Nein. Indergrade? Nein. Äh, Lobster? Nein. 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 Die haben wir schon. Gazelle, nein. Fly, nein. Human Bird, nein. Die müssen wir auch noch suchen. Oh, ich geht aber gar nicht. Was? Hallo? 14 funktioniert ja gar nicht. Weil du kannst ja nur, das wäre ja in der unten, das sähe ja dann schief aus. Oh, warte mal, warte mal. Äh, ich hab's auch nicht ganz gerade gemacht. Oi. Ich hab mich schief mitbekommen. Ich lese es gerade. Hast du halt ein Wirbelwind oder was gekillt? Nee, nee. Ich war in dem drin. Ähm. Au. Nö, jetzt stirbst du. Nee, 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 nee. Also, hier. Pass mal auf, Freundchen. Ne? Nicht mit mir. Ähm. Na ja, vor allem, der lässt mich auch nicht über dem Wasser fallen. Immer schön auf dem harten Boden. Oh, die halten was aus. Muss ich dich mit der Schaufel hauen? Nö. Au, hör auf mich anzuspucken, Junge. Nein. Okay, ich hab'n gekillt. Er hat einen Sand fallen lassen. Au. Jetzt rotzt mich der Nächste an. Fällt'n dem ein? Geh mal weg. Äh, gab's davor nicht auch ne Quest? Wie hieß das Teil nochmal? Eye of the Storm? Scheiße, wie hießen die? Gustav. Der Gustav. Oh, ich hab'n gespuckt. Ah. Äh, ich hab'n gespuckt. Äh, ich hab'n gespuckt. Äh. Äh, das wird muss ... Hä, ne. Man hört's. Oh, Mann. Ach, Mann. Ich mag' die Viecher gerade. Überhaupt nicht. Account Straddler, was ist das denn? Straddlers Klobe ward aus dem nether Das Vieh rotzt mich weiter an, ich glaub mich hackts Weil, ey, ganz echt, das Pack mobbt mich ohne Ende Jetzt sind hier im Fluss rote Fische gespawnt Ich wag das Pack auch nicht mehr Ne, das mobbt mich ohne Ende Das petz ich alles meiner Mutti, so Hast du noch ein bisschen Wolle? Weil, irgendwie reicht das bei mir vorne und hinten nicht Ey, du musst das aber auch hinten anschalten, das ist dir bewusst noch Ich bin nicht mal bei der Hälfte 7 hoch, 7 runter, 7 links, 7 rechts und komplett ausfüllen, das muss ein Viereck sein Ja genau, ich bin bei der Hälfte Ey, bei mir hat's auch gereicht Ja, weil du dein zusätzliches machst, so viele Dinger hab ich niemals an meinem Du, ich hatte von den 58 noch Haufen übrig Ich hab's allerdings noch höher Hab ich's höher gebaut? Ne Ne, meinst du es niedriger als deins Und Mittelpunkt aus, 7 nach oben, 7 nach unten 7 nach rechts, 7 nach links Ich komm mal Ich komm mal Scheitzmann Steck dich mal auf, Scheitzmann Das sieht zu hässlich aus Und? Nö Einfach nur Nö Ähhh Kommen sie mal runter, junge Frau Und gib mir die Steinchen mal Eine Wolle hab ich ja noch Ach komm, ey, das reicht immer noch nie aus, um da hochzukommen So Pfffff hängt aber nicht einfach damit zusammen das ist deine sind daco ich war aber hochstecken wir beim ersten block kannst du mittendrin abbauen ich hätte dann hätte sie aber nicht mal deine base kommen können ist ja bewusst du weißt dass ich noch ganz viele poké bälle habe mit tierchen glaub mir die willst du nicht sehen aber die wirst du durchsehen dann hätte sie sich bei rüben da so verstecken können 1 2 4 4 1 2 3 Wieso setzt der das oben drauf, obwohl ich das nicht angeguckt habe? Hä? Was ist denn das für eine Logik? Das ist ein Logik, mag ich nicht Na, Dieter Steck dich mal hinten hoch Und schalte das gleich an, wenn ich dir sage Ich frage mich, warum ich sneak Ich habe auch keinen Wein meiner drauf Das ist so schön ohne Wein meiner So, wenn du oben bist, kannst du mal anschalten Du sollst dich hinten hochstecken, damit du es anschalten kannst Ich muss erstmal deine Baubrücke da mitmachen Also hinten hast du nie gesagt Wenn ich sage anschalten, wird man wohl wissen, ich muss mich von hinten hochstecken Okay Ich bin noch nicht so ganz drin Ich bin wieder in diesem Modpack Eieiei Meins ist ja auch nie Richtung des Windes Und? Wie sie sehen, gehen sie nicht Na, ich sehe ja nicht, ob du eine Quest abgeschlossen hast Nein Aber ausschalten Aber ausschalten Aber ausschalten Ich habe hier noch weiteren neuen Deine Freunde kommen schon wieder an Scheinfreunde Ja, von solchen Scheinfreunden Ich überlege gerade, ob ich das hier sage oder nicht Hattest du viele, sagen wir es so Ja, vor allem das Lustige ist Es gibt eine Person, die hat auch ganz viele Scheinfreunde Die streamt ein RP-Projekt Wo mehr als vier Leute sind, die schlecht über die Person reden Die sich über die Person lustig machen Und der lässt sie dort mitspielen Weil diese Leute das einfach vor ihm geheim halten Weil sie es auf anderen DCs machen Und naja, egal Ich will jetzt aber dem Vertreiber ohne schlecht reden Es tut mir irgendwo einfach nur leid für die Person So, schalten wir an Und? Nö Ausmachen Mensch, da, du kannst überhaupt eine Quest erledigen Aber nicht So, ich habe jetzt keins mehr Ja, das ist jetzt, glaube ich, 5x5 Yeah Äh, nee, aus Na, warte, ich habe noch ein paar Rohdinger Und Wolle habe ich zum Glück auch Ich hatte ja auch noch neun Ja, mit neun Stück wirst du nie weit kommen Ich habe erst Wolle gefarmt aus einer Kiste tatsächlich Aus einem Haus Und zwar gestern sogar Und zwar gestern sogar Na, wer hat sich die farbige Wolle endlich mal los? Und mein Holz So Da waren die Teile Äh, so Klar, wir zu Bär Ich habe nochmal 48 Wolle mal T, P, A Nice Die sind verzaubert Headshot Das hat man voll gehört Wo bist du? Da bist du Sehr schön Das ist jetzt, äh 1, 2, 3, 4, 5x5 Das müsste jetzt eigentlich für ein 7x7 ausreichen Wollen wir mal was zu klein Oh, ist das Stein Oh, das war jetzt unabsicht Ich wollte ihn unter dir abbauen Da hast du ein Stein Und tschüss Oh, ich bin schon wieder in den Arsch Ich gehe erstmal bei Zombies klatschen Bevor ich mich um irgendwas anderes kümmere Ich muss da noch was machen Mann, Mann, Mann Komm, du warst Ist natürlich keiner gespawnt gewesen Haben wir noch irgendwo ein Dingsbiom Da hinten Da hinten Oh, ähm Hi Tschüss Schutzt euch doch mal gegenseitig runter, bitte Okay Irgendwie mag mich diese Mod nicht Und anzieht auch schlicht zu mögen Irgendwie komisch Jede Mod, die Ike mag Passe ich und andersrum genauso Ja, aber bei mir hat es ja auch geklappt, als ich das gemacht habe Ja, hast du es doch, oder? Ja, 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 eigentlich Und ich nehme zurück, was ich gesagt habe Jetzt heben meine Weizen ab Also wenn es Lecks führt, ich bin es auf jeden Fall Scheiße Das leckt schon die ganze Zeit wieder Keiner weiß warum Ey, ich hab den Geld zur Catwash Die normalen Zombies haben da halt echt 40 Herzen bei mir Ist ja bei mir ja nicht anders Das war vorher Ja, da war es ein Witz Warum musstest du die Difficulties so hoch machen Hochtreiben Geld, Patron, Zombiekopf und Rottenflash Nehme ich alles mit Danke Ähm, Rottenflash Zombiekopf und Dingsvergleich verkauft Das wird erst mal eingezahlt Ähm Verkaufen Verkaufen Genau Oh, mein Geld ist aber auch flöten gegangen gestern Ja, ich hab mir den Mob bieten geholt Oh, kann sein, dass deswegen hier keine mehr Spawn Ha Oh, Spawn dann keine mehr Hier sind überall Mobs Also ich hatte gerade kaum welche Tatsächlich Warum ist meine Base zugebaut? Das war dein Block Ich hab ihn dir nur wiedergegeben Wow Hab ich getroffen? Ein halbes Herz Bleib mal stehen Es ist auch nur die Ne Bleib mal stehen Es ist auch nur die Pistol Ja, bleib mal stehen Was hast du denn? Witzst du, ich wüsste Aber der hat das Ding halt gut Damage beim Drachen tatsächlich gemacht Gestern Hab ich das nicht mal mit Fire und Boom gekillt? Ich hab, nö Ich hab den mit Waffen gekillt Und dann die letzten Dinger mit, äh Waffe gemacht Äh, mit Schwert Oh, da ist ein Fettchen bei dir unter der Base Unter der Base? Ja, unter den Zahnrädern Da ist ein zweiter Fettchen unter den Zahnrädern Und einer hat irgendeinen Fettchen angeglotzt Ich hab ihn mal abgeschossen Oh, da war Der ist aber auf mich Akko, glaube ich, oder? Nein, der ist bei mir an die Base gekommen Ah, okay Ich will nur nicht, dass der jetzt hier reinhittet Sag mal, der Bär ist jetzt erwachsen, ne? Immer noch nicht Jetzt hat er sich hingesetzt Lol Mein Bär tanzt Hä? Der tanzt Ich verstehe das aber mit der Quest nicht Tame ein Grizzly-Bär? Ich hab drei Stücke getapet mittlerweile Ich brüte jetzt mein Krokodil aus Was ist auch neu? Ja, mich mir gestern erfarmt Ich brauch Sniper Munition Was kostet mich die Advanced Bullet? Ach so, ja, easy Kann ich nebenbei herstellen Gunpowder hab ich noch genug Brass und Eisen-Ingerts Äh, Platten Von Babys Soo Rod Pack hier zählt nicht unter Kategorie Technik oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Survival und RPG. Oh, ja. So. Ja, ein Stack und 40 Bullets hergestellt. Muss passen. So und so. Was war das für ein Geräusch? Das war ein Zombie. Okay. Hörst du auf? Ich mach doch gar nichts. Oh oh. Huch. War aber nur einer. Machst du ein Froh? Hinter dir hab ich. Warum hab ich 20 ähm? Du hast die restlichen Zäune aufgesammelt, ja. Okay. Ich hab mich verdrückt, weil du mich so aufgeregt hattest. Okay. Hey. Hey. Mann, mach das wieder richtig. Hörst du dich. Wie. Dann ist das eine scheiß Zaun weg. Nein. Oh. Der hat ja Partikel. Alter, 129 Leben hat der noch. Noch. Das ist normal. Das ist nicht besonderes Spiel. Lock den doch in die Mobfarm. Lock den doch in die Mobfarm. Lockst du den nochmal weg? Ich dachte, dass der Zaun weg liegt. Das, was ich gerade eingesammelt hab. Hier unten lag mal was. So. Ich hab dir gerade zugeguckt, wie du runtergerutscht bist in dein Loch. Vergesst dich sowieso nie, dass du mich einmal bei deinem Keller geschickt hast. Das sah aber geil aus, wie du durchgerauscht bist. Das sah so geil aus. Na ja. Ach komm, hör auf rumzubringen. Oh ne, hier ist ein Speedy Gonzales. Vor allem, jetzt fliegen hier schon zwei Mobs ins Jenseits. Au. Hat er überlebt? Nein, er hat überlebt. Ich fliege. Ich hab da ein ganzes Mal ins Windwerk geballert und dann kommt nicht zurück. Der ist unten als Skala. Der ist unten als Skala. Jetzt kommen natürlich die anderen unten her. Alter, komm. payroll für die Immobilienger kingdom. Der ist unten als Skala Mann, ey. Mann, ey. Oh, jetzt sterben wir mies. Eißig, ne? Steht gerade aktuell echt safe. Oh, er hat mich das erste Mal hier unten erwischt. Ja gut, das wird aber nur mit einem kleinen Wegschubser. Ich hab's geschafft. Boah. Ähm, jetzt. So. Ah, das, das, das. Das, das. Das da. Das da rein. Das aufmachen. Monition in Backpack. Und der Hammer verkauft. Nice. Krokophant. Oh Mann. Das war mein Krokodil. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit bei dem Ei stehen bleiben muss. Ah je, das weiß ich auch nicht. Weil das Buch sagt, wenn's ausgebrütet ist, ist es getamt. Mal gucken. Steht nur nix da, wie lange das dauert. Oder? Äh, Krokodil. Äh, sie kann auch also be used to make a copy of this book. I dropped when the creature becomes in a dual or until the skewds can be used to create a protective chest plate. Okay. Ah, wer weiß. Hä? Ah, wer weiß. Wer weiß. Äh, wer weiß. Äh. Das mit den Bären. Ich verstehe das einfach nicht. So, da hinten ist dann noch für Komodo Drachenwaran gedöhnt. Da muss ich dann auch noch hin. Ach, hier die Quest wegen dem Loopster. Wo war denn das? War das bei eins? Ne, war bei vier. Use a loadstone. Hast du die schon? Ne, ich hab den nicht verstanden. Nehme einen Kompass und klicke da mit rechtsklick auf deinen loadstone. Der zeigt dir, der Kompass zeigt dann immer in die Richtung des loadstones. Damit du den Weg nach hause findest. Ähm, ich kann nicht mal ein loadstone herstellen. Warum? Ne, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Dann musst du farmen gehen, Darko. Ja, ja. Meine restlichen 15 gebe ich nicht her. Die werde ich für meine Rüstung und mein Schwert brauchen. Tatsächlich. Kannst du dann bei mir unten weiter farmen, wo ich gemacht habe? Einfach nur den schwarzen Strahl nach unten folgen. Wie lange braucht das Ei? Oder muss man das mit dem Suppe ausbrüten, wenn es da warm ist? Warte mal, bin ich hier nicht in der Savanna? Redwood Forest. Scheiße. Ne, ich hab ein Redwood Forest. Ich versuch den jetzt mal abzubauen. Hier ist Silk Touch. Oh, ich hab's gekriegt. Cool. Ähm, hier wäre es Savanna. So. Ähm, bevor ich aber da was mache, ich mach ein kurzes Päuschen. Jo. Inne hoch und dann will ich mal in das andere Gravy umgehen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.